Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Zuschauer! Ich habe ja seit Mittwochmorgen darauf gewartet, wann der Begriff Tariftreue- und Vergabegesetz endlich wieder in diesem Plenum auftaucht. Dass zusätzlich noch bei dem Antrag Landesjagdgesetz und Dichtigkeitsprüfung mit eingebaut wurden, das ist schon rekordverdächtig. Also gut ab! In mehreren Ländern der Welt ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen inzwischen verboten. Die Argumente dafür sind vielfältig. Gentechnisch veränderte Pflanzen stellen ein mögliches Gesundheitsrisiko dar, führen zu herbizidresistenten und verdrängen die natürlich vorkommenden Pflanzen. Das sind auch nicht irgendwelche paranoiden Bauchgefühle. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es bei Friseuren so zylinderartige Geräte, wo hochkonzentrierte Röntgenbestrahlung durchgeführt wurde, um Haargesichtsbehaarung zu entfernen. Das hat auch funktioniert. Die Haare waren dann auch weg, weil man dachte, Röntgenstrahlen wären jetzt so ziemlich harmlos. Also Gentechnik, da sehe ich noch ein ganz anderes Kaliber. Es wird ja auch immer wieder versucht zu vermitteln, diese Pflanzen würden an Feldrändern oder an Grenzen halt machen. Das finde ich grenzenlos naiv. Im Jahr 2013 hat Mexiko eine Studie erstellt und dabei festgestellt, dass in den USA angebaute gentechnisch veränderte Pflanzen sich bis nach Mexiko ausgebreitet haben. Kennen Sie die mexikanische Grenze der USA? Das sind 3144 Kilometer stark befestigte Grenze, die auf der amerikanischen Seite zum Teil deutlich an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze gemahnt. Selbst über diesen leergefegten Streifen konnten sich die GMOs ausweiten. Wie viel größer ist dann das Risiko einer unkontrollierten Ausbreitung in Europa, geschweige denn innerhalb der Bundesrepublik? Vor einigen Monaten haben wir gemeinsam mit der Landesregierung auf den Weg gebracht, dass NRW zur gentechnikfreien Zone wird. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt. Gentechnisch veränderte Pflanzen können aus den benachbarten Bundesländern nach NRW eingebracht werden. Deutschland ist von der Fläche her ein relativ kleines Land. Umso wichtiger ist es, dass unter den Bundesländern eine einheitliche Regelung gefunden wird. Und auch eine bundeseinheitliche Regelung kann wiederum nur der erste Schritt sein. Dieser Antrag fordert sowohl eine bundeseinheitliche Opt-out-Regel für gentechnisch veränderte Pflanzen als auch europaweit eine solche Regelung anzustreben. Darüber hinaus müssen die Zulassungsverfahren überprüft werden, speziell im Hinblick auf genaue Risikobewertungen neu zuzulassender Genpflanzen. Wenn diese modifizierten Pflanzen erst einmal im Umlauf gebracht sind, ist ein Weg zurück kaum noch möglich. Überall in den Kommunen stehen wir jetzt schon vor dem Problem kaum zu bekämpfen an Neophyten. Dieses Problem sollten wir nicht auch noch verstärken. Deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam mit SPD und Grünen einen weiteren Schritt machen, die Biodiversität zu erhalten und zu stärken. Vielen Dank.